Hallo, helle, helle, und willkommen zurück zu Tales of Zestiria. Ja, in der letzten Folge haben wir ja hier einen Erdstein, Erdgeschichtsstein oder Irisstein oder wie auch immer, ähm, gefunden. Alicia, wie war das? Ähm, gehen wir mal zu Alishas Haus. Oh, warte mal. Oh, jetzt wieder so viel zum Schnattern, das ist ja Wahnsinn. Oh, warte mal, Ursacht, okay, gut, ähm, Kick. So, ähm, was geht hier ab? Well... Ich glaube, ich habe mich wirklich interessiert, wie ich mich verletzt habe. Ich habe mich verletzt, aber... Okay, ich habe mich wirklich interessiert, wenn ich mich wirklich interessiert habe. Zurei-san? keine ahnung was da jetzt der kommentar von von ihr sollte ob wir uns mit rose nicht mit alisha 100 käuter gesammelt je Chiefs, all the Chiefs, Shalom. Hmm... Hmm... Hm. Ah. Rosa Wang. Hm. Okay, 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 okay. So, ähm. Ähm. Halt. Quatsch. Wir können fix hier mal reingehen. Ähm. Lass mich fix noch mal eine Liste aufmachen. Ich hatte eine Liste gemacht mit den ganzen Iris-Steinen. Ähm. Objekte. Wertsachen. Tales of Zysteria. Sekunde. Okay. Uns fällt ein roter Stein. Und zwar Femm. Ja, da haben wir vier von fünf. Und bei grün gibt's sogar sechs. Wobei einer, ähm. Einer ist, ähm. Glaub ich auf der Hexeninsel. Also, wir füllen uns noch zwei. Gelb haben wir alle. Und violett haben wir auch alle. Also, füllt uns entweder ein roter. Ja, uns füllt ein roter und ein grüner noch. Okay, oder zwei grüne. Wer weiß. Ich weiß nicht mehr in welcher Reitenfolge das war. Ähm. Hm. Wie sieht's aus? Scheiße, ich hätte gleich nochmal wegen dem Equip gucken können. Wie sieht's mit den Items aus? Wir haben nicht so viel über, ne? Hm. Okay. Ja, dann würde ich sagen, ähm. Schnappen wir uns, äh, ein, ein Port. Und dann gehen wir dann zum nächsten, äh, Stein hin. Äh, 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 äh. Äh, 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 äh. Oh, hallo. Sieht nur noch ein bisschen, äh, 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 äh. Wie eine andere Menschen, die sich daran befinden, wie eine andere Menschen im Wissen. Aber... Ich bin... Ich bin... Ich bin kein Problem für Alicia. Ich bin kein Problem dafür, was Ich bin. Ich bin ein Problem für Alicia. Ich bin ein wenigstens. Ich denke, dass die Fähigkeit von Alicia sehr wichtig ist. Aber ich denke, dass die Kugel sehr schwer sind. Ja. Aber ich denke, die Alicia ist eine Sprache. Ist das eine Sprache? Wenn man richtig sagt, wenn man sich falsch fühlt, dann wird es sehr gut sein. Dann wird man schlafen oder schlafen. Ich denke, es ist ein Mensch. Das ist auch ein Mensch. Das ist nicht so einfach, dass die Frau das Kanteil gemacht hat. Das ist doch auch so, was ihr kennt seine Geschichte? Aber ich weiß, dass sie die Geschichte erfüllen hat. Ich weiß auch, dass sie das Analyst'er noch nicht machen. Ich weiß, dass sie das Analyst'er noch nicht so stark sind. Ich weiß, dass sie die Geschichte über die Frau schütteln. Was ist das ein Einzelmaß? Ach, das ist ein Einzelmaß. Ich weiß nicht, dass sie ein Analyst'er. Das ist ein Analyst'er. Ja, 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 sehr schön. So, dann speichern wir mal ab. So, und dann reisen zu einem Speicherpunkt. Oh, hä? Eigentlich sollte der jetzt hier anzeigen, wo wir... Natürlich doof. Eigentlich sollte der anzeigen, wo wir... Also, wir sollten irgendwo noch lila eine Sterne sein. Na gut, dann müssen wir mal kurz Rose suchen wir in den Gafferes zu in. Okay. Gafferes... Oh, fällt der Knopf. Gafferes... Gafferes Ruinen. Äh, wo sind denn die Gafferes Ruinen wieder? Goddammit! Einverstanden. Also, zu den Ruinen nördlich von Pendragon. Okay, nördlich von Pendragon. Ja, das heißt, wir müssen... Äh... War das hier? Ja, ja, ja. Ähm... Nordwestlich... Ach, wir mal Nordwest... Oder... Gehen wir mal östlich. Piu-piu... Ein falscher Knopf. Ach ja, Tatsache. Ach, da waren wir ja relativ früh auch drin, wo wir hier, ähm, diesen Bereich... Ah, scheiße, in die falsche Richtung laufen. Pahha! Ähm... Wo wir, ähm... Also, wir waren relativ schnell in den Ruinen, glaube ich, schon mal drinnen, oder? Als wir das hier betreten haben, den... Dem Bereich. Oh! Hm? 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 Komm her, klar. Hm, okay. Ich hab gedacht, die Blumen sind da auch noch irgendwie nochmal mit prüfen, aber es war wohl nur das Schild. Hm, hm. Gumi hat er ausgelistet. Yeah! Einfühlsig, Gummiel. Noch nicht respawn, die Küste. Baum, Baum. Spelschaum. Spelschaum. Jawohl, ja. Und rein da. Was ist das? Was ist das, was ich gesehen habe? Entschuldigung, ich habe das nicht gehört. Ich habe das nicht so viel zu sprechen. Das ist nicht so, ich gehe. Oh, oh, ein Elixier sogar. Wahnsinn. Oh, kommen wir da vorbei? Nein! Ja, 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 whatever. What if I... Oh. Oh. Hätte ich davon doch die Abzweigung nehmen sollen? Ah. Ich hatte geöffnet. Das geht irre lang. Oh. Rararar. Uh. Nee. Nae! Well... Wieder Zeit verschwendet... Oh no... Und dann hier... Oh... 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 Kräuter... Und noch ein Gang... Und wieder runter... Aha... Erkunden wir erstmal die anderen Räume hier, bevor wir da zum Boss-Fight gehen... Gold... Scharfe Nadel... Direkt... Antragspapier... Okay... Aha... Aha... Der Käsekuchen... Mmm... Delish... Wobei der hier... Der in einem Dungeon in so einer Truhe ist... Der ist wahrscheinlich nicht mehr so gesund... Der Käsekuchen... Ähm... Sooo... Dann schäfen wir mal... Oh... Oh... Da lang... Huch... Der Käsekuchen... Oh... Ein Skorpi... What? What the flip bist du denn? What the flip bist du denn? Ein Zerkat... Schwäche Erde... Okay... Wie viel Leben hat der? 11.000... Hat 28... Äh... Level 28... Oh... Huh... Nein... Die ich Null Schaden an ihm gemacht hab... Die ich Null Schaden an ihm gemacht hab... Ich hab den Text schon wieder nicht durchgelassen... Nein... Ich hab den Text schon wieder nicht durchgelassen... Nein... Übers ediyorum... Hildelsu... 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 Was ist das? Ich glaube, dass ich nicht mehr sterben habe. Aber das ist nicht so, was ich nicht zufrieden? Es war nicht so, was ich. Es war nicht so, was ich. Ja, ich habe mich nicht zufrieden, dass ich mich nicht zufrieden habe. Das ist nicht so, was ich? Das ist nicht so, was ich. Ich weiß nicht, was ich. Was ist das, in der Welt? Daher war ich nicht mit dem Weg. Ich war ganz wichtig, dass ich mich nicht zufrieden habe. Wenn man sich das, das zufrieden, weil ich mich noch nicht zufrieden habe, das war schon immer so. Ich habe das Gefühl, dass ich das erste Mal habe. Ich habe das erste Mal gesehen. Ansonyser war, dass die Pendrasse von dort aus dem Stärken gekämpft wurde, war nicht so, was es? Was ich nicht? Ich hätte das, was ich aus dem Zeitpunkt. Was ich für dich, wenn ich den Ort und der Zeit aus dem Stärken habe? Ich glaube, dass ich die Räder von den Rädern verwende, wenn ich noch etwas überrascht habe, sollte manche Menschen wissen, ob das die Menschen in der Zeit ist. Das ist so interessant! Das ist doch ein wenig, wie bei der Mekulio. Das ist nur das. Ich muss noch mehr mit dem Kassel ein bisschen weitergehen. Ich glaube, dass die Räder von Rädern sich nicht so gut hat. Ich glaube, dass die Räder von Rädern sich wieder aufgefallen ist. Ich glaube, dass das jetzt ein Schösschen-Höhrchen ist. Ich glaube, dass die Räder von Räder von Rädern sich nicht so gut ist. Na gut, Sie sind mit der Schmerzen! Sie sind mit der Schmerzen? Ich habe das nicht gehört, aber... Also, die Schmerzen sind der 1. Es gibt keine Probleme. Also, ja... Entweder Femm oder Shia. Ui! Nein! Das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich nach rechts. So. Gut, das hilft uns überhaupt gar nicht. Zappgormor, okay. Na gut, dann gehen wir mal in das Moor. Halt, 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 halt. Fast übersehen. Ja. 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 ne' Hmmm. Sieht eigentlich normal aus, der Elefant, da. Ha-haaaaah! Der sieht aber nicht normal aus. Und er ist an der Oase, wer hätte das gedacht? Oh, ich hätte da enter drücken können. Da war irgendwas. Shit. Geh mal aus dem Weg. Was hat der Widerstand gegen alle Mente außer Windanfälligkeit gegen Arte? Wie viel Leben hat denn der? 34.000. What? Träff' ich den nicht oder was? Hm. Ich habe das Gefühl, dass der Widerstand gegen Arte war. Ah, 42.000, okay. Aweee, er hat uns getroffen. Maja. 10.000 galt. Oh. Hey, ein Seraph. Oh. 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 So wird es leicht, oder? Das Leben von Login! Wo war hier ein Speicherpunkt in der Nähe? Den wir jetzt noch holen können Würde ich sagen Ähm Speichern Speichern Hallo? Ok, gut, dann sag ich mal Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal Bye Piii